willkommen zu einer neuen folge von my time at porsche ja und wir haben schon wieder bäume ja wie fast eigentlich in jeder zweiten folge gefühlt so wir haben aber keine aufträge mehr das heißt wir werden jetzt gleich mal kurz zum rathaus gehen hier ist die fertigung abgeschlossen was haben wir denn hier gefährlich edelaluminium können wir gerade gucken ich mache mal ein paar harte aluminium weiß ja nicht was wir brauchen so einfach nach und nach ein paar dinge ich will sie auf der post haben ja haben wir das wird vielleicht vom g von gale sagen wir nennen hier gale gucken wir mal von antonen ok und wäre bestellung für langstreckenbusse gegeben die auf neue strecken zwischen porsche und sandfels verkehren sollen ok dann sind da wohl neue aufträge sehr schön dann holen wir uns die natürlich jetzt auch mal ab ja ich hatte eigentlich noch vor jetzt mal gucken wie wir es hier mit den carbon stahlbarren aussieht auf jeden fall noch einen ofen davon zu bauen nach und nach da brauche ich glaube ich 15 carbon stahlbarren wenn mich nicht alles täuscht und das macht auf jeden fall sinn dass wir müssen jetzt mal gucken was jetzt gleich ein material benötigen komm her und bin ich rum mein freund kriegst erst mal was von mir acht ok scheinbar wirklich an ab und zu immer unterschiedliche zahlen punkte vergangspunkte so dann gucken wir mal was er neben sechs haben können dollen pfeife vielleicht hängt ja schon wieder darum blümmelt hier ab aha heute ist sonntag jetzt im sonntag aushängen das ja praktisch langstreckenbus also das forschungszentrum ok petra fragen sollen wir dass sie gerade kommen wir machen das hier gerade obwohl das ja immer so ein bisschen tricky ist und ja viel immer zeitintensiv ist und ich widerschöne wie ich finde ja hier so nach drei fehler an die drei fehler jetzt keine lust darauf zu suchen hier ok wir gehen jetzt mal petra fragen 1 reicht 1 reicht ich weiß nicht immer energie steine und zone ok heute heute habe ich mal keine lust darauf ich frage mal lieber die petra die arbeit ja auch immer petra du arbeitest immer samstag sonntag montag immer unfassbar keine pause die frau martha macht wieder morgen gymnastik wo ist denn deine kumpanin hopps rein mit dir und dann gucken wir mal was wir dafür brauchen oder wir abgeben müssen ich glaube ich habe noch habe ich auch noch cds ich glaube ich hoffe ich habe die mit das ja noch erkundigt hat wir arbeiten schon dran trotzdem brauche ich noch fünf weitere dann die habe ich doch ok fünf stück und das klingt auch gerade hin ja dann würde ich das klingt wahrscheinlich dann auch in paar tagen da gucken wir jetzt mal machen wir noch einen industriellen ofen schauen was wir dafür alles brauchen denn ja immer barren brauchen und 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 das war letztes mal schon ein bisschen blöd mit neuem aber man muss aus fehler lernen sage ich immer wieder und industrieller ofen wo bist du bist du bist du bist du bist du da ist uns an und sagen stahlplatten oder brauche ich nur die stahlplatten weil ich aus den 15 carbon stahlen stahlplatten machen muss ich glaube ja ne ich mache das jetzt einfach mal da drauf ja die habe ich doch ihr sagt aber nichts ne pfeifen und blutstein brauche ich wieder sogar ein bisschen mehr die gehen wir gleich holen und ich brauche die stahlplatten habe ich die denn hier drin die hatte ich natürlich nicht die habe ich in meinem gut sortierten hier in meiner so sortierten holzkiste habe ich die die stahlplatten abgelegt weil ich natürlich direkt weiß guck mal hier und marmordielen brauche ich viele ich würde da wahrscheinlich mit holz betreiben erst mal fünf marmordielen habe ich noch eine hat doch einige gemacht habe ich nicht sehr schön ich schaue jetzt einfach mal hier raus und dann gehen wir kurz blutstein sammeln zwei wir brauchen noch vier wenn mich nicht alles täuscht ach ich drücke immer die falsche taste ja 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 das war es nicht da auch nicht da war ich nicht das ist schwierig im momentan für ein spiel wo ich immer die rechte taste hinten brauche für irgendwas stimmt von dragon quest bilders also jetzt noch konzentration hier blutstein drop gar nicht weil wir alles dabei nur kein blutstein kommen wir jetzt hier auch vier stück noch kein einzigen marco stelle ich mir was an wer ist es denn die possibility gibt es nicht das haben wir ganz viele bekommen wir haben auch schon die größeren brocken marmor kriegen wir ohne ende da war einer mit einem können wir uns natürlich nicht viel kaufen da ist noch eine 4 stück wird aber sportlich aber zwei bekommen ja vier stück haben wir was habe ich gesagt gar kein problem ja überhaupt gar kein problem die die kerne für die zwei kerne und dann haben wir das doch schon alles hier machen wir uns dann auch gleich fertig haben wir rufen den ich erst einmal wie gesagt mit dingen zu uns betreiben werde so also habe ich ja schon mal kurz über kurz hier etwas weg legen hier und dann das perfekt und jetzt brauche ich nur noch die marmor platten eine ist fertig der wahnsinn ist ja quasi so geht das ein bisschen was schneller so müssen wir auch eher auf bauplan warten hier also hier ist noch ein baum im prinzip ja da müsste ich jetzt auch blutstein fahren einer wäre natürlich nicht noch schlecht einer gut wir können aber gucken ob wir ein bisschen blut schon bekommen hier sind ja auch noch ein paar dass wir vielleicht dann noch einen zweiten ofen bauen können dann haben wir auf jeden fall erst einmal genug ich wollte noch einmal gucken hier bei den lamas was man nicht genau brauche kumin irgendwo pflanzen wahrscheinlich und die das ist ja hinten jetzt hin ja gut dann gehen wir schnell hinten ein bisschen was farmen dann zwei zusätzlich ist glaube ich ganz gut ja wie auch schon wenn ich das geschrieben hatte drei stück zwei dann wo man laufen lassen kann und den anderen dann immer darauf reagiert was man braucht das ist eine sehr gute idee den kann man nicht damit eh nicht doch die kann man doch oder ja jetzt brauchen wir sechs bräuchten wir noch einen haben wir oder wie viel bekommen vielleicht kriegen wir ja irgendwo ein paar her und dann guck mal wie schnell petra arbeitet vier stück ja alter falter noch ein manchmal ist es krass da hause ein ding kaputt das kann ich nicht okay was kommt denn hier raus wenn ich das kaputt mache ist ja noch größer wenn ein kopf kristall und ist klar bekommt ihr auch nur kristall ja scheinbar koriander schade sah gerade aus wie kumin aber das ist wahrscheinlich gesagt ich anpflanzen muss ne ah komm gib mir schon jetzt noch den blutstein mein gott das ist aber auch ein da ist er doch ich glaube ich jetzt sechs perfekt dann können wir nicht noch einbauen stahlplatten haben wir nicht noch bei 17 da könnten wir jetzt noch ein paar fertigen auf der anderen vielleicht also wie der sonne hat sieht schon nicht schlecht aus hier ne guck mal muss man sagen da hat schon was ein foto machen aber wir ein foto mit der schönen sonne ja du sollst du dich in der luft halten also sieht super aus marco dankeschön genauso mit so einem lama und zack und zack ist nicht schön okay reicht reicht ganz bewegen speichern ich werde foto gott wo bin ich denn ich habe mich komplett verlaufen ich bin eigentlich das haus nicht mehr 2 wo ja aber schon aber schon aber schon erledigt zacki kalaki die sachen hier rein und zack dahin und dann ist der erste fertig ja den werde ich erst noch mal mit mit holz betreiben weil für maschinen kann ich denn hier 4 obwohl ich könnte jetzt auch hier laufen lassen wo ich brauche hier noch platz glaube ich mit platten den würde ich ja hierhin stellen ich habe noch platten ich habe noch platten die finde ich auch okie zucke hier so habe ich gerade eben noch oder stehen noch hier drin er hat sich weder und da sind sie doch so neun stück das reicht erst mal packe ich ich mach das so so das reicht für die ne dann misch das ding hier weg und stelle das dahin und dann kann ich nämlich das ding nehmen und hier entstellt so und dann bleibe ich jetzt auch erstmal carbon steuerbaren ich habe keine holzkohle mehr stoppt alles zurück du machst holzkohle jetzt haben wir es aber hier haben wir noch des weiteren ach so da wollte ich noch einen ofen bauen bauen wir noch einen ofen den stellen wir dann aber kurz hier so und was brauche ich noch die kerne perfekt und wir brauchen noch marmorplatten haben wir drei stück da tun wir schon mal hier hin kern hier hin und noch zwei platten kriegen wir noch hier eine zusammen wunderbar und hier ist auch eine perfekte so hier machen wir noch carbon stahlbaren direkt äh ne stahlplatten kann ich machen weil fehlt holz oh holz ist äh holz geht zu ende holz brauchen wir noch kein problem so zurückholen ähm den würde ich kurz äh sieht nicht schön aus aber so holz mache ich jetzt einmal ganz kurz mit hartholz ähm wo war das hier hier ne oder da holz so mhm 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 und dann betreibe ich den kurz ja und sage hier kaputt achso er kann immer noch nicht mehr kaputt machen egal mach vier stücke komm auf sagt läuft okay ähm also jetzt kann ich aber hier ein bisschen mehr platten machen ne falsche ne so mach 16 platten läuft jetzt habe ich noch keinen carbon stammel aber egal machen wir ja welche so gut ähm jetzt haben wir schon halb zehn ja krass das ging ja wirklich fixi fuchsi boah alter sieht scheiße aus hier mhm woher komme ich äh doch ich komme von der seite an die machine ran das ist jetzt alles nicht so schön das ist jetzt alles nicht so schön das macht schon licht das ding ne das ist jetzt nicht darf man nicht vergessen war schon nicht so doof da hinten aber ne 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 Die hat so eine blöde Größe, muss man jetzt ganz ehrlich mal sagen. Hat einfach eine blöde Größe. Also das gefällt mir ja gar nicht her, aber gut. Jetzt erst mal. Achso, Moment. Ach, da bräuchte ich ja auch. Ne, ich lasse die jetzt erst mal so laufen. Ich habe hier richtig entscheiden heute. Ich stelle die dann nochmal hier neben, aber nicht direkt da drauf natürlich. Weil ich müsste ja dann noch so einen Generator bauen. Ich lasse das jetzt erst mal so. Lass mir das Holz laufen und jetzt sieht das da hinten so leer aus, ne? Und die Platten lasse ich jetzt. Lass ich jetzt einfach so. Jetzt haue ich mich pennen. Oh, was ist denn hier los? Sam? Alu? Du siehst. So. Jo. Was auch immer uns das jetzt erst einmal sagen sollte. Von der Handelsgilde. Ja, Dankeschön. Vom Forschungszentrum. Oh, das ist ein Bauplan schon. Okay, krass. Und von der Handelsgilde kriegen wir einen Energiestein. Super. Ich bin begeistert. Dann haben wir jetzt einen neuen Bauplan. Und dann hauen wir jetzt mal den Bus da drauf. Denn wir müssen hier einen Langstreckenbus bauen, der für kurze Strecken nicht geeignet ist. Da ist er. Nachsehen. Okay. Klingt nach einem Plan. Also noch kurz hier die Sachen nur zurückbringen. Arbeit, ich handgenzieck für dich. Ich bin nicht schön, das Kinder. Gehen wir nicht drum pinnen. Dann schauen wir mal. Wir brauchen vier Gummireifen. Wir brauchen sechs Einzelzeiten. Dafür brauchen wir noch Holzbretter. Mache ich direkt. Ich mache das direkt in Zwecke schon hier. Holzbretter. Zehn Stück. Zack. Bam. Direkt hier. Klatsch. So. Ähm. Einzelsitz. Äh, genau. Brauchen wir noch. Äh, wasserdichte Lampe. Gestärkt ist das alte Teil. Oh, guck mal. Ich habe keine alten Teile mehr. Die müsst ihr auch wieder selber sammeln, ne? Na egal. Nicht so schlimm. Ähm. Zwei brauchen wir. Machen wir zwei. Und wir brauchen noch vier Stahlrahmen. Schweiß. Ich habe keinen Schweißstab mehr. Krass. Schweißstäb. Ähm. Wir haben keine Schweißstäbe mehr. Wir haben keine Schweißstäbe mehr. Ja, dann machst du jetzt mal Schweißstäbe, würde ich sagen. Ich mache einfach 50 und dann nehmen wir die einfach gleich, die wir brauchen und brechen das ab. So. Aber wir können schon mal die Reif montieren. Gut. Und dann gucken wir nochmal hier. Wir brauchen noch die Hupe. Obwohl. Oder was das auch hier ist. So. Ja. Verbesserter Motor. Habe ich den noch? Das ist der rote, ne? Den kann ich... Ach, den muss ich doch kaufen. Den muss ich doch kaufen, Leute. Oh, den kann ich kaufen, ne? Ja. Ich muss auf jeden Fall einmal alte Teile farmen. Oh ja, Emily will was von uns. Albert will was von uns. Was ist denn los heute? Die Prozessin. Kannst du dich... Ja, kann ich. Na klar. Das ist, was ich immer gesagt habe. Was willst du jetzt noch von mir? Mal gleich. Emily. Mal gleich. Ich habe jetzt keinen Zick für dich. Menschenskinder. Ich kaufe dir aber einen Ring und dann ist gut. Nicht mehr lang. Dann könnte der Mann und dann der komische. Und dann können wir dann Ringschen kaufen. Und dann ist doch alles wunderbar. So. Jetzt will ich aber noch kurz den Motor... Ich glaube, ich kann nur einen kaufen. Naja. Ist jetzt so. Jetzt... noch... Ähm. Was ist denn hier? Interagieren. Einladung. Was ist denn jetzt los? Ähm. Okay. Peach Blaser. Alles klar. Nicht schubsen. Mach ich nicht. So. Jetzt laufen wir noch kurz zu Petra. Ja. Die Zeit, die wir noch haben hier. Ähm. Und dann würde ich sagen... Gucken wir mal, ob wir jetzt einen Motor nur bekommen. Wäre doof. Oder habe ich überhaupt noch genug? Äh. Sieben Stück. Was kostet der Motor denn nochmal? Ja. Da muss ich schon wieder in die Minen gehen. Alte Teile brauchen wir auch noch. Da würde ich aber einmal diese... 1er, 2er Minen da machen oder was es war. Da hatte ich ja ruckzuck 30 Teile. Das ist denke ich mal... 6 Stück. 5. Ne. Einer. Es ist ja so klar, ne? Ja gut. Dann... Was muss ich mir hier noch ausschreiben? Mine. Das mache ich dann mal... Ja. Äh. 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 Das mache ich dann mal offline. Ein paar Dinger da kloppen. Ja gut. Dann machen wir jetzt so... Jetzt gerade noch fertig, was wir fertig machen können. Und... Äh. Äh. Genau. Dann kann ich vielleicht den restlichen Tag noch in die Mine gehen. Euch vorher verabschieden. Albert. Lauf mich im Weg. Aber einen Motor kann ich glaube ich schon mal dran machen, ne? Auch wenn man zwei braucht, kann man glaube ich einen schon mal dran machen. Ja. Ne. Nicht genug. Achso. Ne. Kann man doch nicht. Okay. Zwei Reifen konnte ich aber dann hinten dran machen. Zwei vor allem. Ist doch egal. Ähm. Einzelsitz. Habe ich den nicht gefertigt? Ne. Konnte ich nicht, weil mir gefehlt hat. Holzbretter. Carbon-Stahlbarn. Holzkohle. Muss jetzt mal nach und nach hier einsammeln. Ähm. Also kurz gucken, was jetzt hier noch fehlt. Holzbretter fehlen noch. Okay. Und hier fehlen noch die vier Stahlrahmen. Die ich glaube ich jetzt machen kann. Ne. Schweißstäbe fehlen mir natürlich. 5. Äh. 20. Aber hab ich. So. Jetzt sollte das aber gehen. Oh. Mich nervt, dass das jetzt ständig da so hoch trägt, ne? Ich will nach unten nicht. So. Waren sie jetzt schon da? Ich hab's glaube ich schon gesehen, ne? 5 kann ich machen. 4 brauche ich. So. Und dann fehlt mir aber wieder Schweißstab. Platten habe ich. Okay. Das kann ich machen. Wie sieht's denn hier aus? Gut. Die brauchen noch. Holzbretter brauchen auch noch. Er braucht halt alles noch, was willst du machen. Hä? Nein. So. Ich kann ja hier vielleicht mal ganz kurz die abbrechen und sagen, mach mal ein paar Holzbretter mit hier. Aber die brauchen ja auch genauso lange, ne? So. Na ja. Mach dir kurz eh nicht fett, weil wir ja eh noch eh noch in die Mine müsste. Ähm. Ja. So kriege ich mir den Bus heute nicht fährt. Ich hab gedacht wir können den, naja Stahlhülle, das kriegen wir alles nicht mehr hin. Beziehungsweise müsste ich jetzt in die Mine gehen. Ja. Ich weiß nicht. Das mache ich jetzt gleich ohne, ohne Zuschauer. Dann machen wir den Bus halt morgen fertig. Ansonsten haben wir aber schon mal relativ viel. Hier haben wir was gemacht. Ähm. Ich überlege jetzt, ob ich hier nochmal schon mal Leder mache. Weil das brauchen wir ja auch häufiger mal. Oder was wir hier machen können. Aber da habe ich auch noch 18 von Faden. Haben wir das jemals gebraucht? Faden. Ich mache mal 10. Oh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier nicht so viele Maschinen an habe. Ne. Sechs laufen. Okay. Mehr können wir jetzt eh nicht. Fertigung abgeschlossen. Die kann ich jetzt nicht anmachen. Holz. Wie viel Holz fehlt denn noch? Na komm, das kriegen wir jetzt noch hier gerade hin oder? Da ist bestimmt gleich einer fertig. Da ist bestimmt gleich einer fertig. Dann lass uns kurz nochmal hier vorne Holz holen gehen. Weil Holz im generellen hatte ich glaube ich nicht mehr so viel. Ähm. Sollen wir kurz die Sachen ein. Alles was wir kriegen können. Ne. Die Raupen. Und diese Gummifrüchte brauchen wir auch manchmal. Oh. Mein Gott. Ne. Ich schlage aber auch am Baum vorbei. Aber ich schlage zwei Baume auf einmal kaputt. Mein Gott. Weil ich weiß gar nicht, Gummifrüchte hat nämlich auch nicht mehr so viel. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir noch einen Langstreckenbus bauen müssten. Und dann brauchen wir das Ganze eigentlich nochmal, ne. Von daher. Ähm. Ja. Und Gummifrüchte war ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, wie viel wir davon noch haben. Ein Vogelnest haben wir dafür. Hehehe. Schön, schön, schön. Ach, das mit den CDs ärgert mich jetzt. Dass er nicht die beiden Motoren direkt kaufen konnte. Dass jetzt ausgerechnet sechs fehlen. Vor allen Dingen. Naja. Uns fehlen ja im Prinzip dann. 18, ne. Wenn ich noch einen von den Dingen bauen muss. Ich weiß ja nicht. Vielleicht hat uns ja einen weggeschnappt. Das weiß ich nicht. Aber im Prinzip fehlen uns 18 DVDs. Wenn man das so sehen möchte. So. Okay. Aber pass auf. Wir können jetzt hier wenigstens das noch fertig machen. Das ist doch schon mal ganz gut. So. Lass mich jetzt gerade noch wegpacken. Ein bisschen aufgeräumter ist. Perfekto. Und dann lass uns noch die Sitze fertigen. Sechs. Dann haben wir wenigstens schon mal eine Sitze drin. Ne. Jetzt brauchen wir nur noch. Alter. Sechs Sitze habe ich. Ich habe sechs Sitze. Das macht der jetzt nur hier vorne. Und hier hinten sind jetzt keine Sitze oder was? Na die Logik muss mal einer verstehen. Stahlhülle. Vier Stück. Was fehlt dir denn da nochmal? Können wir drei machen. Weil wir nur. Achso. Warte mal. Schweißschlapp soll es dann nicht liegen. Jetzt können wir die vier auch noch machen. Perfekt. Vier machen wir. Ja super. Jetzt haben wir mit Stahlhüllen auch hinten sogar Sitze gemacht. Man merkt. Okay. Dann fehlt uns nur noch ein verbesserter Motor meine Freunde. Ich würde sagen. Das war es für heute. Ich bin raus. Haut rein. Bis dann. Ciao.